Apropos Plus-Öle, da haben wir auch hier noch so ein Set, ein Katalog, das sind die Küchenhelfer, das sind Nelke, Oregano und Rosmarin Plus, damit kannst du auch dein Ofengemüse oder Ofenkartoffeln richtig gut würzen, das sind ja so typische Wintergerichte, auch wenn man sowas im Ofen richtig schön aufbägt, also das kann man richtig schön verfeinern, also das Küchenhelfer-Set gibt es auch zu Weihnachten, Untertitelung des ZDF, 2020